Hey Skipper, was geht denn hier ab? Für einen Flughafen am Ende der Welt sieht der echt gut aus. Ja, sieht aus wie auf einer Postkarte. Oh, das hat alles Bulldog geschafft. Der Kerl ist das anständigste Flugzeug, dem ich je begegnet bin. Diese alten Plakatwände sind ja grausam. Die zu zerstören ist dem öffentlichen Interesse. Bulldog hörte, dass dieser Ort auf dem Weg zur nächsten Winds Around the Globe Revenue liegt. Schiet, dass hier aufgeräumt werden muss. Noch eine Plakatwahl weniger für die Zuschauer. Perfekt. Jetzt sind's nicht mehr viele. Noch eine Plakatwahl weniger für die Zuschauer. Ich muss jede Plakatwahl in ihre Einzelteile zerstören. Jetzt sind's nicht mehr viele. Los, Asi! Dieser alte Hauptplatz braucht Strom. Aber um die Versorgung wiederherzustellen, brauche ich einen Mann nicht. Die Magneten kann ich die Batterien einsammeln und die Stromversorgung auf Vordermann bringen. Los, Asi! Los, Asi! hinten Caesar! So sollte es klappen. Wir müssen irgendwo Batomien sein. Der Strom wird schon bald, wie du fließt. Ach, du dicke Sache. Die Batterien sind ja riesig. So sollte es klappen. Puh, jetzt aber los. Batterien suchen und den Ort wieder ans Netz bringen. Expresszustellung. So sollte es klappen. Hier müssen irgendwo Batterien sein. Ja, aber hier getan. Jetzt gibt's nur noch eine Aufgabe zu erlegen. Jetzt, da der Ort wieder respektabel aussieht, sollte ich mir die Kamera schnappen und ein paar Sehenswürdigkeiten für die Wings-Around-The-Clobe werbevorschtartig. Da Wasser, da der Ort nebenbei. Da, da der Erde. Drei, da, da. Wo soll man das? Da, da, da. Da, da. Da, da. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt können die Leute bei Wings Around the Globe für ein richtiges Rennen in einer makellosen Wüstenumgebung werden. Als die Rennteilnehmer endlich ankamen, waren sie kurz zuvor durch einen ziemlich heftigen Sturm geflogen, sodass die Wüstenroase ein willkommener Anblick war. So wie wenn man nach einem rauen Flug über das Meer endlich das Deck der Fleißenhauer erblickt. Jetzt übertreib's mal nicht, Matrose.